Herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge aus dem Vorstellungsgespräch und zwar heute mit einer Frage, die bei Google gestellt wurde und zwar noch gar nicht so lange her, zumindest soweit ich das weiß. Ja, heute ist eure Challenge, ihr sollt aus einem binären Baum einen vollen binären Baum bauen. Wie das erstmal aussieht, sieht folgendermaßen aus. Ganz kurz unsere Node-Klasse, die String-Methode muss euch eigentlich nicht interessieren, die ist nur zum Ausgeben da, damit ich euch den Baum auch zeigen kann. Und ja, self.left, self.right, self.value sind die drei Werte, die eine Node, ein Knoten sozusagen hat. Links ist quasi der linke Kinnknoten, das ist natürlich eine Node, auch wieder eine klasse Node. Ihr seht, das Ding ist auch eine rekursive Datenstruktur, völlig normal. Und auf der rechten Seite genauso eine Node oder, falls nicht gesetzt, none. Und value ist natürlich das, was in dem Knoten drin steht. Das ist ein ganz normaler Baum, aber er ist auch gleichzeitig ein binärer Baum, denn wir können ja nur hier zwei Knoten einfügen. Das heißt, wenn wir hier mal den Knoten 1 angucken, das ist der Node 1, das ist unser Wurzelknoten, der hat sozusagen kein Parent, das ist der oberste Knoten. Der hat wiederum allerdings zwei Kindknoten, nämlich einmal Left, einmal Right und das sind die beiden Knoten 2 und 3. Und die wiederum haben auch Kinder, der linke Knoten, also der Zweierknoten hier, hat Left als Node von 4 und der Dreierknoten hat zwei Kinder, also der Zweier hat nur ein Kind auf der linken Seite. Der rechte Knoten ist quasi nicht gegeben. Und auf der rechten Seite, der Node 3, hat links die 5 und rechts die 6 und dann ist eben genau das hier der Baum. Wobei man hier bei der Darstellung vielleicht ein bisschen meckern kann, das dürft ihr gerne machen. Aber einmal die 1 ist quasi unser Parent Node und 2 ist quasi der erste linke Kindknoten, 4 ist dessen Kindknoten, 3 ist der zweite Kindknoten von der 1 und 5 und 6 sind jeweils die Kindknoten von der 3. Okay, und eure Aufgabe ist es jetzt aus diesem binären Baum, der ja, naja, nicht unbedingt der perfekte binäre Baum ist, nämlich hier haben wir nur ein Kind auf der 2 drauf. Wir brauchen aber für einen vollen binären Baum, brauchen wir entweder 2 oder kein Kind. Und hier ist es jetzt eure Aufgabe, die zu löschen, die nicht richtig sind. Das heißt, wir haben hier in diesem Fall die 2, die genau ein Kindknoten hat, was nicht in Ordnung ist. Das Problem ist, wir sollen nicht einfach nur die 4 löschen, sondern wir sollen die 2 löschen und die 4 nach oben ziehen. Das heißt, da wo vorher die 2 war, weil die 2 ist ja illegal, die 2 hat einen Kindknoten, die 4 wiederum ist völlig legal, die hat keinen Kindknoten, also man muss entweder ein, äh, man muss entweder keinen oder zwei haben. Und ja, die 2 soll deswegen weg, dafür soll die 4, 1 hochrutschen. Das ist quasi unsere Aufgabe. Das heißt, am Ende wollen wir hier quasi den Knoten oder den Baum haben, 1, 4, 3, 5, 6. Das ist sozusagen unsere Aufgabe. Und ja, dazu sollen wir diese wunderbare Methode hier benutzen, und zwar Full Binary Tree. So, und ich lasse euch jetzt erstmal ganz kurz überlegen. Ich lasse euch auch mal ganz kurz mir Feedback schreiben. Macht das mal ganz kurz, pausiert mal hier, denkt selber mal über die Lösung nach. Und sagt mir, wie ihr solche Challenges findet. Ich finde sowas, also ich meine, momentan haben wir viele Challenges. Ich mache gerade Advent of Code. Und ja, davon gibt es auch jeden Tag eine neue, im Endeffekt. Aber es kann natürlich passieren, dass ihr sagt, hey, Advent of Code, sind mir die Rätsel vielleicht nicht, ähm, weiß nicht, praxisnah genug oder werden vielleicht nicht zu relevant sein. Ähm, das hier ist definitiv eine Frage aus dem Interview. Und ja, sagt mir gerne Bescheid, was ihr dazu meint. So, wir fangen direkt an mit der Lösung. Und zwar, ähm, würde ich vorschlagen, wir machen erstmal das Ganze nur, wenn die Node auch wirklich gegeben ist. Das heißt, wenn Node None ist, was ja hier oben relativ häufig passieren kann, dann, ähm, sagen wir, if not None, äh, if not Node, also wenn die Node quasi None ist, dann geben wir einfach, ähm, ja, Node zurück, also None im Endeffekt. Und, wobei wir das auch direkt hier reinschreiben könnten, wenn wir das wollen, und dann können wir erst richtig anfangen. Weil ansonsten haben wir natürlich direkt ein Problem, wenn hier zum Beispiel None uns um die Ohren fliegt. Das wird uns aber immer mal wieder passieren, weil irgendwann müssen wir ja auf die, auf die Endknoten, auf die Blätter kommen, wo es nicht weitergeht. Also die 6 hat keine Kinder und das ist auch völlig in Ordnung so. Okay. So, und jetzt müssen wir das Ganze aber mal machen, denn das hier ist im Endeffekt ein rekursiver Algorithmus, auch so ein bisschen, weil wir natürlich auch gefordert haben, dass das Ganze rekursiv ist. Also wir wollen natürlich hier den Algorithmus, ähm, festkleben sozusagen, dass er unendlich weitergehen kann, egal wie groß der Baum ist. Übrigens noch eine weitere, äh, interessante Forderung, die man stellen könnte hier wäre, dass der Algorithmus in O von N ist, also quasi lineare Laufzeit hat, und, ähm, wobei N die Anzahl an, an Knoten ist, also in unserem Fall nicht mehr als, ähm, naja, man kann es ja nicht so genau rechnen, also im Endeffekt, man kann immer noch sagen, zweimal N wäre auch noch O von N, also lineare Laufzeit, ähm, aber eben keine quadratische Laufzeit, das ist wichtig hier. Und, ähm, dass die Speicherkomplexität, die zusätzlich benötigt wird, in O von Logarithmus N liegt, das heißt im Endeffekt die Höhe des Baumes. Also, wenn wir hier eine Höhe von, ähm, in dem Fall 3 haben, weil wir hier 1, 2, 3, ne, ähm, dann sollen wir hier möglichst nicht mehr als O von Logarithmus N, ähm, ähm, am Speicher brauchen, ähm, genau, also nicht linear, sondern eben nur von der Höhe abhängig. Und ja, das machen wir jetzt mal. So, also als allererstes holen wir uns mal die beiden Kindknoten, ja, einmal rechts und einmal links, das heißt, wir schreiben das einfach direkt hier rein und holen uns mal links ist gleich Node.left und right ist gleich Node.right. So, und jetzt gibt es zwei, äh, drei Fälle im Endeffekt. Und zwar einmal, wie bei der 1 zum Beispiel, dass wir zwei Kindknoten haben. Das wäre dann if left and right. Das zweite wäre, dass wir genau keinen Kindknoten haben, wie bei der 6 oder bei der 5 oder bei der 4, die ja auch legale Knoten sind sozusagen. Das heißt, or, ähm, und hier verbinden wir das dann beides, not left and not right. Ist jetzt nicht wirklich kompliziert gerade. Und das sollen wir jetzt quasi, ähm, also das sind die legalen Knoten, das sind die Knoten, bei denen wir nichts ändern müssen. Das heißt, wir geben das einfach genau so zurück. Das heißt, wir sagen hier Node.left, ähm, also quasi das, was wir hier drin haben, setzen wir wieder mal auf left und Node.right setzen wir auf right. Da hat sich sozusagen nichts getan, ja. Aber ich setze das trotzdem jetzt hier schon mal. Wir werden gleich sehen, warum. Und Nummer 2 ist, oder Nummer 3 und 4 sozusagen, also das ist der erste Fall, dass beide ein Kind sind oder beide ein gültiges Kind sind, wie bei der 1. Das zweite ist, dass die beide ungültig sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo nur 1 ein gültiges Kind ist. Und da müssen wir aufpassen, ähm, weil, wenn wir hier nur ein Kind haben, so wie bei der 2, dann sollen wir die 2 löschen. Nicht das Kind soll gelöscht werden, sondern die 2 soll gelöscht werden. Das bedeutet, ähm, wenn wir hier nur ein Kind haben, also if left, dann returnen wir left. Einfach direkt left. Wir schmeißen die Node sozusagen raus, weil, wenn wir hier, achso, hier müssen wir vielleicht noch kurz return node eingeben, weil, wenn wir hier den Knoten zurückgeben, der, ähm, dann, ja, keine Kinder hat, also, wenn wir hier, sagen wir mal, statt return left, return node machen würden und wir würden einfach keine Kinder anhängen, dann würden wir die Kinder rausschmeißen. Dann würden wir die 4 rausschmeißen. Wir sollen aber die 2 rausschmeißen. Also, lassen wir das. Und der zweite Fall ist natürlich, wenn das rechts der Fall ist, dann müssen wir natürlich right zurückgeben und auch wieder hier nicht die Node an sich zurückgeben, sondern das Kind zurückgeben, weil wir, wie gesagt, diese 4 nach oben ziehen wollen. So, jetzt haben wir natürlich noch das große Problem, ähm, wo ist da die Rekursion? Also, wie bekommen wir quasi die Kinder raus? Nehmen wir einfach mal an, wir haben, ähm, vielleicht einen größeren Baum und, äh, irgendwann später kommt das mal vor. Das heißt, sagen wir mal, wir haben diese 2, dann haben wir 4. Die 4 hat wiederum 2 Kinder, ist dadurch also ein gültiger Knoten. Die Kinder von der 4 haben auch alle 2 Knoten und danach und so weiter und so fort. Aber hier eben diese 2 soll trotzdem gelöscht werden und die 4 mitsamt all ihren Kindern soll nach oben gezogen werden, sozusagen. Ähm, und ebenso soll aber dieser Algorithmus hier auch auf die Kinder angewandt werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind von der 4 nur ein Kind hat, dann soll dieser Binary Tree da trotzdem drauf wirken, dann soll dieses eine Kind auch gelöscht werden, das nur ein Kind hat. Ja, das heißt, das soll auch wieder nach oben gezogen werden. Das heißt, wir müssen hier irgendwo die Rekursion noch einbauen. Und das bedeutet, wir machen hier einfach ein Full Binary Tree auf Node von Left und dadurch führen wir quasi diesen ganzen Algorithmus auch auf alle Kinder aus und nicht nur auf den obersten Knoten. Weil wenn wir dieses Full Binary Tree hier nicht aufrufen, dann haben wir diesen Algorithmus im Endeffekt nur auf den, auf den Parent Knoten, also auf den allerobersten Root Knoten ausgeführt und auf sonst gar nichts. Und das ist natürlich ein bisschen unschön. So, und wenn wir das jetzt hier ausgeben, ich mache jetzt hier mal ein Full Binary Tree von der Node, also von unserer, von unserer Root Node. Man muss den Algorithmus immer auf dem Wurzelknoten ausführen. Führen wir das aus, dann sehen wir hier 1, 4, 3, 5, 6. Wobei 5 und 6 natürlich immer noch die Kindknoten von der 3 sind. Das ist hier nur ein bisschen schlecht dargestellt. Aber wir sehen, die 2 ist verschwunden und das Ganze ist nach oben gerutscht. Und die Komplexität ist im Endeffekt genau die, die wir haben wollten. Wir brauchen Speicher. Ne, wir brauchen natürlich, also wir müssen jeden Knoten exakt einmal anfassen sozusagen. Das ist auch absolut in Ordnung, weil ich meine, wir müssen jeden Knoten überprüfen, ob er wirklich zwei Kinder hat oder nicht. Und wir brauchen nicht mehr Speicher. Wir haben hier im Endeffekt nur dieses Full Binary Tree, was hier einmal ausgeführt wird. Das Ding, es ist aber kein zusätzlicher Speicher, den wir irgendwie wirklich benötigen, weil im Endeffekt hängen wir das ja direkt wieder dran und geben den auch wieder direkt zurück. Und das heißt, das ist eigentlich schon unser Baum, der hier die Lösung darstellt sozusagen. Das heißt, alles in allem eigentlich ein sehr kompetenter und kompakter Algorithmus, der hier alles macht, was wir brauchen. Und damit hätten wir wahrscheinlich unsere Einstellung bestanden. Und ja, wäre auf jeden Fall eine interessante Wahl. Also natürlich ist das nicht alles, was ihr für ein Vorstellungsgespräch braucht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine interessante Challenge gewesen. Auch ein bisschen so ein bisschen umdenken, ein bisschen Algorithmik und sowas. Sagt mir gerne Bescheid, wie ihr das Ganze fandet. War es euch zu schwer? War es euch zu leicht? Ich glaube, es war für die meisten eher ein bisschen leicht. Aber ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.